Hallo und alles klar bei euch? Ich bin MicroSwan und heute spielen wir Super Meat Boy Fan Level. Wir sind bei der Staffel 2 und heute spielen wir ein Level, ein neues. Ich würde sagen, wir spielen Hellcastles und jetzt warten wir kurz auf ein Ladebildschirm und jetzt geht's los. Das sind 5 Löffel. So, wir müssen zu Bandage Girl, mit A springt man und Meat Boy kann rennen und an Wände springen und wir müssen immer quasi zu Bandage Girl gehen. Und so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, jetzt haben wir das Level geschafft und das war ein Schlüssel und den muss man einsammeln und das sind Sägen. Da darf man nicht dran kommen, sonst ist man kaputt und dann muss man wieder jetzt zu Bandage Girl. Aber wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt in die Lava gesprungen, das darf man nicht. Und wenn man in die Säge springt, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann geht man kaputt. Und jetzt habe ich das Level wieder geschafft. Und es wird, wie ihr sehen könnt, auch immer schwerer. Und jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen. So, wir haben das Level jetzt wieder geschafft. Habt ihr noch Spaß mit dem Video? Ich finde, das macht richtig Spaß gerade. Und ja, das klappt auch sehr gut, finde ich. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Oder wenn ihr mir vielleicht einen Daumen hoch geben könntet, wäre auch sehr cool. So, jetzt haben wir das geschafft, das, ähm, dieses, äh, diese Level. Und ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit für in dem Video noch mehr zu spielen. Also suche ich jetzt noch ein anderes Level raus. Ähm, ich weiß nicht genau was, aber wir könnten vielleicht Salt Hell Rap spielen. Ich hoffe, das, äh, macht uns Spaß und gefällt uns. Das sind wieder 5 Level. Und, äh, ich werde jetzt diese 5 Level spielen. So, ich hoffe, ich, äh, spiele nicht zu schlecht. Weil ich will ja auch, dass euch, äh, das gefällt. Und dass, äh, das nicht zu, äh, zu sehr, äh, oder dass ich zu sehr rumfahle. Und das tut mir nämlich leid. So, jetzt wollen wir zurückspringen, mit anderen Schlüssel holen. Und jetzt können wir da in das Portal springen, weil wenn man in ein Portal springt, dann, dann kommt man auf, äh, der anderen Seite des Portals wieder raus. Das sind Geschütztürme. Da, wenn die einem abschießen, dann ist man tot. Also muss man da aufpassen. So, jetzt muss ich den anderen Schlüssel noch holen. Und jetzt kann ich da, da lang gehen. So, das war nicht gut. Jetzt bin ich in die, in die Staffel gesprungen, oder in die Säge. So, ich muss mich etwas konzentrieren. Deswegen sage ich jetzt mal nix länger. Oh, verdammt, das war, tut mir leid. Ich gebe mir jetzt mehr Mühe, dass wir das Level auch packen. So. Oh, ich bin gerade nicht so gut, das tut mir leid. Deswegen sage ich auch zu wenig gerade, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh, nein. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Oder mir einen Kommentar schreibt, was ich noch verbessern könnte. Oder, oder sowas. Das würde mich sehr freuen. Ich habe etwas Angst, da hochzugehen, weil ich bin jetzt, äh, oh nein. Ich spiele gerade nicht so gut, das, das tut mir leid. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal heute. Das ist ein Blind Let's Play. Und ich habe auch vor, bald noch Minecraft zu Let's Playen. Nicht. Und, ähm, ich hoffe, ihr habt dann noch Spaß an meinen Videos. Ich finde, das Level ist sehr schwer. Ich habe das Level geschafft. So, das hat jetzt etwas länger gedauert. Das tut mir sehr leid. Das Level hier sieht auch nicht so einfach aus. Scheiße. Oh, tut mir leid, dass ich jetzt geflucht habe. Das, äh, wollte ich nicht. Oh, nein. Das, das sieht eher schwer aus. Wir versuchen das noch einmal. Hm. So, wir sind jetzt oben. Jetzt versuche ich das Ganze noch mal. Verdammt, das war knapp. So, ich versuche jetzt gleich dahinter zu springen. So. Oh, nein. Ihr könntet mir in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas verbessern kann an meinem Let's Play. Und wie euch das Spiel gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Und, ob euch alles so gefällt, wie ich das mache. Oh. Ich spiele gerade etwas schlecht. Das tut mir sehr leid. Ich versuche, mich zu bessern in deinen, in den nächsten Let's Play Parts. Verdammt. So, ich habe es geschafft. Ich finde, das habe ich gut gemacht. Findet ihr nicht auch? So. Das Level sieht schwer aus. Ich hoffe, das können wir packen. So. Wir haben schon... Oh, nein. Da hinten war Salz. In Salz darf man nicht rennen, weil, wie ihr sehen könnt, in Salz geht man kaputt. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn man in Salz springt. Ähm. Ich weiß auch nicht so, was ich euch erzählen kann. Es tut mir leid. Das ist mein erstes Let's Play. Und ich spring dauernd hier in die Säge, weil ich doof bin. Ähm. So. Wir wollen jetzt zu Bandage Girl. Damit wir das Level beenden können. Oh, nein. Das war nicht sehr gut. Ich spiele sehr schlecht. Das tut mir sehr leid. Ich muss etwas ruhig sein. Damit ich das Level packe. So. Wir sind jetzt schon da. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir haben das Level geschafft. Ich finde, das habe ich ganz gut gemacht. Ich hoffe, damit ich das nächste Level etwas schneller packe. Huch. Das war nicht so gut. Naja. Ich gebe mir jetzt mehr Mühe. Oh. Verdammt. Oh, verdammt. Das Level ist ganz schön schwierig. Oh, nein. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich mich verbessern könnte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Und einen Daumen hoch, würde ich mich freuen. So. Wir springen jetzt da hoch. Und dann bin ich tot. Verdammt. Ich spiele extremst nicht gut. Verdammt. Ich glaube, dieses Level werde ich nicht packen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir so lange in einem Level sind. Doch ich kann das Spiel nicht so gut. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Das ist schon mal sehr gut. Oh, nein. Ich bin schon wieder gestorben. Ich bin gerade selbst etwas erstaunt über mich, wie schlecht ich das spiele. Wenn ich mich nicht so aufregen würde, könnte ich mich etwas mehr auf meine Moderation konzentrieren. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ich hoffe, jetzt packe ich das. So. Wir sind schon mal hier. So. Wir haben es bis da unten geschafft. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So. 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 Nein. Warum mache ich sowas? Das legt mich etwas auf. Das war so gut von mir. Und dann bin ich so schlecht. So. Wir versuchen das nochmal. Weil so schwer ist das Level. Und wenn ihr findet, wenn ihr findet, wenn ihr auch findet, dass das Level nicht so schwer ist, dann gebt mir einen Daumen hoch und favorisiert das Video. Wir sind wieder da unten. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt das zweite Level, also das zweite Fancapture, äh, oder Chapter, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, äh, haben wir jetzt gepackt. Und ich finde, dass das war's dann für heute von, ähm, Super Meat Boy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Let's Play. Und wenn's euch gefallen hat, dann mach ich in Zukunft etwas mehr Let's Plays. Also, tschüss.